Herzlich willkommen beim Nettes Morgens Blog in der Welt. Heute mit einem aktuellen Thema, was, glaube ich, auf YouTube, glaube ich, viele betrifft. Also zumindest die Creator werden das, glaube ich, hier und da auch verstehen. Aber ich dachte, ich mache mal so einen kleinen Talk, wie das ja auch für mich in Zukunft weitergehen wird und wie ich jetzt auch, ja, mir versuche, immer wieder Selbstmotivation aufzubauen, hier nach wie vor die Videos, die Streams abzuliefern. Denn ich habe mich damit abgefunden, dass YouTube einfach eine Schrott-Plattform ist in vielen Punkten. Ich bin dankbar, dass ich überhaupt die Möglichkeit hatte. Ich bin euch auch mega dankbar, also alle Supporter, die mich über meine Links hier supporten oder in den Streams, durch die Donations oder einfach nur das gucken und liken und kommentieren. Vielen, vielen lieben Dank an alle. Ich bin jetzt auch schon zwei Monate selbstständig mit YouTube, muss aber sagen, es ist schon ziemlich knapp und ich werde mir wahrscheinlich noch einen 20-Stunden-Job jetzt suchen. Denn ich habe ein wenig die Nase voll von YouTube. Es wird hier natürlich so weitergehen, dass ich meine zwei, drei Uploads hier mache, genauso wie auf dem Hauptkanal, wo gerade zwei Kanäle sagen, aber auch auf dem Hauptkanal natürlich. Aber ich habe einfach keine großartige Lust mehr, mich darauf zu verlassen, dass diese Plattform einen irgendwie pusht. Momentan sieht es so aus, dass ich auch teilweise starke D-Abos mache. Das ist die erste Phase, ja, in meiner YouTube-Laufbahn, wo es längere Zeit auch mal D-Abos gab. Wenn ich zum Beispiel nichts hochlade und keinen Stream mache, sind Abos im Plus leicht. Also dann würde ich auch wachsen. Sobald ich aber was hochlade, wird man schon hardcore demotiviert, weil dann halt Abos eingestrichen werden. Die Videos sind nicht werbefreundlich. Das hat dann den Nachteil, dass man nichts verdient, aber auch die Videos nicht so vorgeschlagen werden wie die werbefreundlichen Videos. Und das sind halt auch so alles so Gründe, die keinen Spaß machen. Die Videos werden euch teilweise in der Abo-Box nicht vorgeschlagen, die Streams auch nicht. Dann die Glocke funktioniert auch nicht immer. Es ist schon relativ schwierig und macht halt wenig Freude. Das muss man so ganz offen sagen. Ich habe auch unterschätzt, was für Kosten auch teilweise auf einen zukommen. Sicher, ich wusste, dass das mit der Krankenkasse so ist. In unserem System werde ich auch nochmal ein einzelnes Video für machen, zu dem Thema. Aber das war halt auch ein bisschen nervig. Da musste ich jetzt eine Nachzahlung machen. Es ist alles geklärt, also ihr macht euch jetzt keine Sorgen, aber es ist teilweise schon ein bisschen nervig. Also wenn man sich dann fragt, wozu zahlt man das überhaupt? Wenn die dann sämtliche Sachen, die man dann halt so braucht, wenn man was am Zahn hat oder ich hatte mal was an der Hand, da brauchte ich so eine Manschette, die musste ich dann auch bezahlen. Also dann fragt man sich dann schon, wozu zahlt man denn da ein? Sicherlich ist es gut, dass man krankenversichert ist, wenn mal ein Notfall passiert. Und man zahlt ja auch ein bisschen dafür ein, dass die Älteren aufgefangen werden und quasi auch in diesem System gepflegt werden. Das ist ja auch gut, dass es sowas gibt. Allerdings machen die Krankenkassen Milliarden Gewinne und ich bin da einfach irgendwie kein Freund von, dass das so abläuft, wie es momentan der Fall ist oder seit Jahrzehnten. Da sollten sie vielleicht hier und da auch was ändern. Das ist zumindest meine Meinung. Aber da wäre ich nochmal ein separates Video, glaube ich, zu machen. Generell, was ist jetzt der Plan? Ich möchte weiterhin meine Videos hier auf dem Zweitkanal, aber auf dem Hauptkanal hochladen, nach wie vor. Ich denke, das ist auch mit dem 20-Stunden-Job dann ganz gut machbar. Auch die Streams werden sich jetzt nicht großartig ändern. Es wird vielleicht anstatt viermal streamen, dann vielleicht nur zwei- oder dreimal. Aber ich muss sagen, als ich auch meine Arbeitsphase damals hatte mit dem Vollzeitjob, da habt ihr auch nicht wirklich gemerkt, dass ich jetzt das anders mache als jetzt, als Haupteinnahmequelle quasi oder als Vollselbstständiger. Von daher wird sich für euch vielleicht gar nicht so viel ändern. Und ich bin auch sehr ehrgeizig, weiterhin hier voranzukommen. Ich will auf jeden Fall die 100.000 sowohl mit dem Kanal irgendwann, als auch mit dem Hauptkanal endlich mal schaffen. Und da arbeite ich dran. Vielleicht schaffen wir auch zwei, drei hunderttausend mal irgendwann. Es muss halt irgendwie mal ein bisschen Glück auch kommen, denn schafft man das, glaube ich, mit einer guten Qualität, auch in Zukunft nach vorne zu kommen. Es gibt immer mal schlechtere Phasen. Immerhin die 50.000 habe ich ja jetzt geschafft. Da bin ich auch mega dankbar für. Aber ich will mich halt auf YouTube nicht mehr so verlassen, weil ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt. Ich weiß auch nicht, ob das sich jetzt schon wieder geändert hat. Also wenn KuchenTV das ja auch sehen sollte, kann er gerne kommentieren. Ihm wurde ja auch die Monetarisierung gerade komplett entzogen auf KuchenTV. Ich weiß nicht, ob das noch aktuell ist, aber zumindest für kurze Zeit war das jetzt so. Und da muss man halt schon so weit gehen und sagen, möchte man sich hier so abhängig machen von dieser Plattform. Und das kann jederzeit passieren, dass YouTube sagt, Mensch, DaVinci, der Kanal, gefällt uns nicht. Oder die sagen, erst ab 100.000 darf man monetarisieren und dann sind die ganzen kleinen Kanäle weg. Im Prinzip kann Google das ja egal sein. Und den Zuschauern wird es dann, glaube ich, auch nicht großartig auffallen. Wenn halt da ein paar Dutzend Kanäle weg sind, ich glaube, der Aufschrei wird erst groß sein. Aber nach ein paar Monaten hat man sich dann auch damit abgefunden und dann kräht dann auch keiner mehr nach den kleinen Kanälen wahrscheinlich. Es ist auf jeden Fall sehr, sehr random, was hier auf dieser Plattform passiert. Auch wer jetzt gerade als Kanal gut läuft und wer nicht. Das ist immer Glückssache auch. Also man kann durch gute Videos natürlich immer Leute dazugewinnen und das werde ich in Zukunft auch immer versuchen. Aber es ist schon teilweise sehr schwierig geworden und deswegen will ich mich da auch gar nicht so abhängig machen. Es zehrt auch einfach an den Nerven. Es macht nicht wirklich viel Spaß, auch momentan was hochzuladen. Auch in den Kommentaren ist teilweise auch die Stimmung toxisch. Es wird sich da sehr viel beschwert über Kleinigkeiten. Und das macht dann irgendwie auch mitunter nicht so richtig Freude. Also ich lese wirklich gerne die Kommentare und gehe die durch und verteile Herzen oder antworte hier und da auch. Aber ich habe auch ein, zwei Leuten schon mal die Meinung gegeigt, wo ich auch gesagt habe, also das brauche ich mir jetzt auch nicht antun. Wenn man so jeden Fitze im Video irgendwie kritisiert, weiß nicht, das macht dann irgendwie, es bremst einen in der Kreativität und es macht dann mitunter auch einfach keinen Spaß mehr, die Kommentare zu lesen. Und da ich das in Zukunft halt noch machen will, bin ich da auch immer recht forsch und sage dann halt auch den Leuten, Mensch, dann geht doch einfach, wenn es euch nicht gefällt. Es ist ja okay, dass man mal Kritik äußert. Aber wenn dann jeder Kommentar von gewissen Leuten eher ins Negative geht, dann muss ich auch sagen, brauche ich das nicht. Also ich bin selbst mein größter Kritiker, bin sehr selbstkritisch, habe mich auch selbst reflektiert und habe ja auch jetzt schon wieder die Probleme, die jetzt aufkamen, für mich entdeckt und ja, auch schon Maßnahmen eingeleitet, dass ich halt jetzt ein paar Bewerbungen rausschicke und gucke, ob was dabei ist, was sich halt auch gut mit YouTube integrieren lässt, wo ich dann vielleicht auch von der Zeit her gar keinen großartigen Unterschied habe, wo ich dann trotzdem meine Streams und meine Videos weiterhin habe, aber einfach finanziell abgesichert bin, wo dann vielleicht auch die Krankenkasse und so weiter drin ist. Das ist halt dann auf Dauer wesentlich cooler und dann kann das ja mit YouTube auch gerne durch die Decke gehen und mit Twitch und so weiter, weil ich will auch auf Twitch mir da was aufbauen, weil, wie gesagt, YouTube ist halt geistesgestört. Also die entziehen einen ja einfach, wenn sie Bock haben, die Werbefreundlichkeit oder die Videos werden nicht gut gerankt aufgrund dessen Weise, die halt nicht werbefreundlich sind und die manuelle Prüfung dauert Stunden und ich weiß auch nicht, ob die das dann auswürfeln da oder ob die wirklich da jemanden, das durchgucken lassen. Also es ist auch sehr random, was da teilweise für Entscheidungen getroffen werden und es macht halt einfach momentan keinen großartigen Spaß, was hochzuladen. Also es ist eher kontraproduktiv. Das geht aber vielen so, also ich habe mit größeren YouTubern auch gesprochen, auch saftiges Gnu unter anderem. Der geht das halt auch so, dass sie große Probleme hat und die macht Fortnite-Content und größtenteils und selbst die Videos sind nicht werbefreundlich, auch bei anderen Leuten ist das der Fall. Und wie gesagt, bei KuchenTV wurde jetzt einfach mal die Monetarisierung weggenommen. Dann hat man plötzlich die Haupteinnahmequelle nicht mehr, zumindest für ein paar Tage und wo man dann sich auch fragt, also wie soll das denn hier weitergehen? Oder wollen die einen hier verjagen? Oder wollen die in Zukunft nun auch Rebecca Wings und Bibis auf YouTube haben? Ich verstehe auch nicht, warum die jetzt so werbefreundlich sind. Also ich würde jetzt als Unternehmen nicht gerne auf Bibis Videos Werbung laufen haben, weil das einfach für mich ein Content ist, die ist einfach strunzdorf. Also sorry, also wenn man sich die Videos da teilweise anguckt, fragt man sich echt, wie lange soll denn das jetzt, wie lange funktioniert das zum einen? Aber wer guckt sich denn sowas an? Also gut, es sind anscheinend ein paar hunderttausend Leute, die sich das geben, aber teilweise frage ich mich dann auch, also als Unternehmen, warum läuft jetzt da auf Werbung? Was haben die davon? Ich verstehe jetzt auf jeden Fall alles nicht so richtig, was hier abläuft. Also ich bin da sehr frustriert, ihr merkt es glaube ich auch an der Stimme. Das macht einfach momentan wenig Freude. Ich muss gucken, wie das jetzt hier so weitergeht. Ich hoffe halt, man kriegt das jetzt wieder gewuppt, weil es macht einfach riesigen Spaß, wenn der Kanal, ich erwarte echt nicht viel, aber wenn es einfach so ein bisschen so läuft, in die Richtung, dass man was hochlädt, es wird gut geklickt, es wird vorgeschlagen, man kriegt ein paar Abos dadurch, dann macht das einfach riesigen Spaß. Und wenn die Streams gut vorgeschlagen werden, ein paar neue Zuschauer auf den Stream kommen oder die Donations reintrudeln oder ihr einfach Spaß habt bei den Videos und die Kommentare geil sind, dann ist man einfach sehr motiviert. Ich weiß auch nicht, ob es jetzt am heißen Wetter liegt, aber ich finde die Stimmung generell auf dieser Plattform, sowohl bei den Creatoren, als auch bei der Plattform selber, aber auch bei der Community momentan, ja nicht so richtig gut. Also ich weiß nicht, wie das in Zukunft noch weitergeht. Mein Ziel ist es jetzt, wie gesagt, noch nebenher einen Job zu machen, der mich auch so vielleicht ein bisschen fordert, weil YouTube allein ist halt auch, keine Ahnung, das fordert eigentlich wirklich, also wenn man auch ein Studium gemacht hat, weiß nicht, ich werde mir irgendwas drumherum auch noch aufbauen in der Selbstständigkeit, weil, wie gesagt, das ist ja alles, glaube ich, auf Dauer nichts. Sollte man Hobby-mäßig betreiben und ein bisschen Geld verdienen, ist natürlich auch schön, aber ich glaube, alles andere ist Blödsinn. Also seine Haupt-, also seine Selbstständigkeit auf YouTube und auf das Wohlwollen dieser Plattformen aufzubauen, das ist mit zu unsichern. Das habe ich jetzt einfach gelernt. Kann vielleicht auch noch ein, zwei Monate dazu weitergehen, bis man vielleicht was Vernünftiges gefunden hat, vielleicht auch drei oder vier Monate. Ich werde jetzt auch nicht, wie die letzten Male, einfach irgendwas nehmen, was mir schmackhaft geredet wird. Ich werde mir das gezielt aussuchen und wenn ich einen Job finde, wo ich sage, Mensch, das passt von der Aufgabe, das passt von der Zeit, das passt vom Verdienst, dann mache ich das zusätzlich und dann freue ich mich natürlich trotzdem, wenn ich mich weiterhin so toll supporte, weil nur so funktioniert das natürlich auf Dauer auch und treibt die Motivation halt auch nach oben. Also wenn man dann irgendwie stundenlang streamt und dann gar nichts mehr geht, dann geht es halt nur noch hobbymäßig ein, zweimal im Monat, weil es mir einfach Spaß macht, weil die Passion da ist, aber halt nicht mal wöchentlich zwei, drei oder vier Mal. Also letzte Woche habe ich glaube ich zwar fünf Tage gestreamt, also vier oder fünf, weiß ich gerade gar nicht. Hat irgendwie mal mega Spaß gemacht, aber es ist halt, wie gesagt, muss ich ja dann auch irgendwie finanziell tragen und irgendwie Sinn machen. Und ja, ich denke, mit so einer Absicherung läuft es ja in Zukunft besser. Dann hoffe ich, dass es auch YouTube-technisch mit den Abos ein bisschen besser wird und ja, die Streams immer größer werden, der Kanal oder die Kanäle immer größer werden und bei Twitch auch immer mehr dazukommen. Das sind ja auch kurz vor den Tausend dort und ja, dann bin ich eigentlich auch guter Dinge, dass es wieder besser wird, aber momentan macht das halt alles nicht so richtig Spaß und deswegen der kleine Podcast. Ich bin ja da immer sehr ehrlich und ich hoffe einfach, dass es in Zukunft wieder cool wird und mehr Freude bereitet, weil wenn so ein kleiner Wachstumsschub halt auch auf dem Kanal ist, dann macht es einfach wesentlich mehr Freude, was hochzuladen für euch. Es macht mehr Spaß zu streamen, es macht mehr Spaß, die Videos zu machen und ja, ich hoffe, das kommt bald wieder. Auf jeden Fall werde ich mir den Juni 2019 ankreuzen und drei Kreuze hinter machen. Also das war echt bis jetzt YouTube-technisch für mich der beschissenste Monat, muss ich sagen. Also hat mir wenig Freude bereitet. Soviel dazu. Bis bald und ciao, ciao.